So meine Freunde herzlich willkommen zurück zu GRID AUTO SPORTS wieder mit den HP Hallo oder Mr.HP je nachdem und mit den Dino. Hi Leute. Hallo. Washington steht an. Washington DC mit einem Audi. War das ein Audi R5? RS5. Ach, RS5. Ich hab das jetzt mit einem R8 verwechselt. Ja, neue Lobby, neues Glück, weil die zwei Herrschaften mussten mal wieder ihren Geschäften nachgehen. Ich mag dieses Razor Outfit von Mr.HP. Oh, R8. Oh, R8. Alter, wie geht das? Achso, R8. Ja, ich hab nochmal an. Der hat einen ganz komischen Aktien. Ich könnte mir gar nicht aussehen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Denkung ist schon im Eimer. Sehr geil. Super, na? Du siehst du nicht gut aus. Ja, links, rechts, fort, rechts. Ja, ja, ich hab jetzt ohnehin noch. Ich bin ja hinter dir. Ich bin ja letzter wie immer. Äh, müsste ich ja urhext. Das sah gut aus. Alles rum. Jetzt bist du grad letzter, ja. Der vor mir macht auch nicht mehr lange. Den fällt schon in den Reifen. Danke. Du Arsch. Fährt er mir voll hinten rein? Bin jetzt hin reingefahren. Du hast drüber gelenkt. Du bist mir in die Seite. Ach. Fliegen du da auch noch. Gut, dass es keinen Videobereich gibt. Ne, gibt's ja auch nicht. Den fällst du ja. Dann müsstest du ja deinen auch fälschen. Ne, ne. Ich glaub's auf Band, dass du mir hinten reingefahren bist. Was los? Warte, dann nimm die Kurven schön. Naja, ich will den nicht reinfahren. Nein, genau. Naja, aber sollen wir uns jetzt zum elften Platz streiten? Ja. Okay. Oh, wack. Die Zuschauer haben noch mal gesehen. Huuuut. Klopf, klopf. Das war ein Tick. Du hast übrigens vorne keine Reifen mehr auf deiner Felge. Wer? Ich? Ja, von der rechts. Hä? Hoppala. Haha. Derby, Baby, was ist da los? Was ist da los, Mann? Die Zuschauer werden das sehen. Ja, ey. Nicht in der Wand. Schreibt schon mal in die Kommentare. Ja. Du nicht. Oh, Mann. Was ist denn mit dir los? Ich denke, du musst dich überholen. Ja. Ja, ich bin gleich auf. Hörst ab. Aber der Leckung ist kaputt. Was ist los? Was ist los? Ne? Ach, fangen wir jetzt schon so an. Was heißt fangen wir so an? Das ist Rennsport, mein Freund. Du hast mit der Leckung jetzt von Branche auf Rot gestellt. Weißt du das eigentlich? Äh. Ja und? Ich fahr halb Rennen. Fahr halb Rennen. Oh. Oh. Was? Wie meinen? Wie meinen? Wie meinen? Oh nicht, Kollege? Ja. Ja. Oh, das ist ein heißes Ding hier. Ein heißes Plaster. Ja, das wird ein Ding zwischen uns dreien. Ach, jetzt zieh mal Renni jetzt auch noch. Oh nein. Ah, Renni ist... Renni sein Fahrzeug ist auch bedeutend unbeschädigter. Ja, bei dir fällt vorne die Motorhalle, wenn ich das so von hinten sehe. Ja, ja. Die hatte vom letzten Motorhalle. Bei dir fällt gleich die Heckklappe. Links da. Oh. Hast du Angst? Weil du so spät bremst? Wir sind gerade in der Mauer rein gerast du durch. Wo haben wir in der Mauer? Ja gar nicht, ich hab sie nur geschliffen. Was ist geschliffen? Geschliffen hab ich da, oder? War aber eckig? Die war eckig, ja, ja. Muss sie geschliffen werden. Hallo, Renni! Soviel zum Thema, klappst du rein? Eigentlich komm immer ran hier. Ja, klar, letzte Runde. Oh, so. Nein! Ich rück sowieso mehr Kohle, wie du davon mal abgesehen, wenn ich mir deine Karte angucke. Ja, egal wer das Gelde ist. Ich rück den Karte an, ich rück den Karte an, ich rück den Karte. Oh, wow. Oh, ja. Na ja, dann. Massenhaft. Oh ja. Oh ja, komm! Fuck you! Ja. Fuck you! Richtig verdient, du vollidiot! Richtig verdient. Fuck you! Ich bin zum ersten Mal letzter, seitdem ich bei euch mitspiele. Ja, kann man nix machen. Ich hab grad mal 400 Schaden. Ich hab 530 Schaden, du klugscheißer. Ich hab 631, bei mir war das Lenkrad rot, der Motor orange und die Stoße. Ah war das krass, hat auch mal Spaß gemacht. Auf, ey, auf der Ziellinie. Auf der Ziellinie. Ja, hättest du nicht rum dürfen, würd ich mal sagen. Wahnsinn, ey. Habt ihr schon gewählt? Ja, ja. Paris ist extrem enge. Oh, wird das so rumgeschubst dann. Oh ne. Ah, wir dürfen wieder erst 5, das ist schön. Mal gucken, ob ich... Oh, was ist jetzt? B63? Ja, er will uns jetzt gleich am Start überholen. Na, komm mal gucken, was haben wir Team Kicker? Kicker ist ein Sponsor. Du starb vom Platz 7? Ne. Welcher Platz ist das? Noch 7? Naja, punktemäßig halt, ne? Ich hab aber die wenigsten Punkte von einem. Naja, 3, 2... Ah ne, ne, dann ist das jetzt nur so, dann... Ach ja, let's read Performance. Was hast du? Basti? Naja, es ist 5. Oh, wenn die die Mercedes ist, ich den BMW. Dann sag ich dann hallo in der Ziellinie, wenn ihr dabei seid. Don de la 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 ma. Ich werd den Kaffee vorbereiten. Naja, wir stehen da an der Seite und winken, ne? Das sind dann wir. Wie wissen wir jetzt? Zwölf Mann, ne? Von den Zwölfen sind dann im Endeffekt sowieso plus 7 im Ziel. Und ich start vom letzten Blatt. Läuft. Super. Aber die ersten 3 da liefern sich echt ein krasses Rennen, ne? Aber guck mal, die fahren auch BMW, Audi, Mercedes. Also... Wahrscheinlich ist es egal, was man denn so lange wie die Kaffe eigentlich selber gehört. Paris. Jetzt kommt der Audi, mein Freund. Ach, der Audi. Der BMW, mein Freund. BMW. 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 Ja, bin jetzt mal gespannt, wie sie das jetzt machen. Wie ist es ja beim letzten Mal noch die, ne? Was denn? Na ja, Paris ist das, wenn du dann durch die zwei Tunnels da durch machst, wo es dann auf jemanden jetzt gerade rechts geht. Also hier kannst du... Es ist eigentlich, wenn du von hinten startest, dann brauchst du einfach nur Glück. Aber hier sieht man schon mal... Nur, wenn du von hinten startest, das bleibt einfach nur Vorteil. Da musst du nur warten, bis die sich vorne gegenseitig alle crashen. Ja, aber dann musst du erstmal durchkommen. Ja, die werden sich ja wohl zurücksetzen. So, auf geht's. So, Mr. HP ist hinter mir. Da muss ja Tino linken, ne. Tino ist vor mir? Ja, Tino ist links hinter dir. Ah, okay. Wow! Das war aber. Dann lass ich den Tino mal vor. Mann, 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 Mann. Ah, wir haben hier so ein heißes Ding. Jetzt schon. Boah, Sau. Kommen die alle hinne vorbei? Das gibt's ja gar nichts. Da. Immerhin. Ich bin jetzt auf Platz 8. Naja, ich bin 10, aber du bist so ungefähr 2 Meter vor mir. Wie die anderen 5 Leute, mit denen wir jetzt hier grad reiten. Wow. Vorsicht, 90 Grad Kurve incoming. Und zwar jetzt. Was hast du nicht gewesen? Hätt ich ein bisschen länger auf... Ich hab euch mal Platz 7. Ja, fuck. Ja, fuck. Fahr da alle mich rein, ihr Pisser, ey. Boah, der hat ja eine Karte, ey. Da sieht der von der Karte schon wieder raus. Naja, der erste, der dann gleich ausscheidet. Meinst du? Ja, hast du in seine Karre mal angeguckt, die ist schon komplett im Arsch? Nein, ich habe es auch gemäht. So, da ist direkt wie die neue Spratgurfe aufpassen. Ja, ja. Nächste Probabilis. Jo. Ja, du hast mich geholt. Mal nicht mehr verlieren. Passiert. Das ist Empower, mein Freund. Da kannst du abhauen mit deinem Audi. Ich seh das jetzt mal am Rückspiegel. Dann hast du echt scheiß Trafik. Jetzt seh ich das. Guck mal. Hat er die Kurve nicht gekriegt? Deine Ecke wegkommt super. Guck mal. Ja, ist ja wohl Standard, dass du bei so einer engen Kurve erst mal aufhust. Weil ich voll in die Eisen muss vor dir. Scheiß Hexen. Hab auch schon mal Formel 1 geguckt, mein Freund. Ich hab aber auf co yüzden! Ja. goods him to www.則xed.com Ja, ich kann auch noch ein hartfahren. Naja, in den Mauer gefahren ... Na, du bist ja fast Schritte. Naja, ne was! Das ist mir gerade reingefahren. Na gut. War so klar. So ein Assi, ey. Shit. Was denn? Weißt du, was passiert ist? Der hier, der Russe ist mir voll hinten drauf gefahren in der Kurve. Weil ich ihn überholt habe, die Kurve davor. Das ist passiert. Ich muss zurück. Wow, da war das. Ja, das war schon mal. Ja, ja. 100 Grad. Nein. Jetzt geht mir ausbrechen. Fuck. Na ja, alter. Nimm den Geklölle. Nimm so. Und, Randy? Ja, ich krieg trotzdem noch mal. Am meisten Kohle ist auch schon mehr oder ne? Das ist ja eigentlich immer so ein Scheiß. Du kriegst für eine Platzierung dein Geld. Ja. Ne, äh, wisst ihr warum? Weil ich da so ein DLC aktiviert habe. Das nennt sich Booster Package. Da krieg ich 50% mehr. Hast du das ernsthaft 3 Euro ausgegeben? Natürlich. Bin ich immer, bin ich immer dafür zu haben. Wie ich lasse jetzt gerade gekriegt? Äh, muss ich noch aktivieren. Ich hatte es vor uns gekauft. Ich musste auch das komplette Spiel restarten. Okay. Aber 1,8 hätt ich da jetzt noch gekriegt. Ohne, ne, ohne Schaden. Drei, ja, drei und ne Booster Quetscher. War das jetzt nicht das zweite Rennen schon in der Aufnahme? Äh, richtig. Wir sind auch bei knapp 15 Millionen. Von daher, noch eins schaffen wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, ist auch hier wieder Feierabend für heute. Ich weiß nicht, ob ich anmoderiert habe. Ich moderiert jetzt einfach ab. Deswegen sehen wir uns an dem entsprechen. Im nächsten paar Tage wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüsslar, Tcha. Tschüss Common. Tschüss. 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 Bob B, zumindest die Rennen.